Sooo, willkommen zum neuen Let's Play von Amnesia! Yo, Dublo auch wieder dabei! Zum nächsten Mal! So wie ich dich nicht bezahlt habe, ist das schon Wahnsinn! Ich könnte schon eine Gewerkschaft gründen eigentlich, mach ich aber nicht! Ich bin auch ein Mixer! Ich bin einfach faul, das ist mir viel zu stressig! Faule Sau! Gut, wo sind wir denn jetzt? Wir sind ganz woanders! Ja, wir sind in der Leuchte. Oder wir sollten zur Leuchte reden. Wow! Ah! Der Name ist Programm? Wow, wow, wo ist das Ding? Was? Was ist passiert? Warum sind alle diese Todes? Wo bin ich? Was ist passiert? Hilfe! Anyone! Hilfe! Hilfe! Na! Das ist schlimm Hans-Peter, ey! Öl rausgegangen! So! Warte, wo bin ich rein gekommen? Da! Durch die eine Tür! Hier gibt's so ein Schirmes. Oh! Oh! Three days now! This is ridiculous! Why doesn't someone come to this room?! Hey! Anybody! Are you alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep. If I sleep. And I don't wake from this nightmare. If not. I pray my heavenly Father will take me in my sleep! I hope that's all right now. We're going to sleep. We're going to sleep. Let's go. We're going to sleep. No, no. Don't kill her. Need to sleep. What? No, no. Who's going to sleep? No, no. I'm sorry. Ich werde mich nicht verlieren lassen. Scheiße, Nicole. Ich habe das. Okay, hier ist Blut. Das ist immer gut, wenn man da durch die Türen geht. Das ist immer genug. Penis! Nein, das ist nichts. Gar nicht. Nett! Seuche! Oh, ne Böckchen! Stoff, scheiße. Was noch eine Warte? Ne, das brauchen wir ja noch. Okay, ich habe nichts gelesen. Müssen wir das Ding jetzt extra noch selber brauen hier, oder? Yes! Was? Ja... Oh, ne, ich habe den Scheißhaut. Das ist nicht so gut. Wow! Ich gehe wieder aus dem Halt. Sonderbüchse! Was ist mit der Sonderbüchsehaut? Nein! Nein! Das erinnert mich stark an. Eine sehr geschichtliche Szene, aber... Okay. Okay. Hey, yes sir! Es wäre klar, dass du hier spielern. So weit geht es nicht. Die verfolgen mich! Oh! Damn! Wir lassen dich nicht in Ruhe. Er hat es noch nicht. Ich bin aber schon zu ihm hier. Ja! So, überhaupt nicht statisch, wie der Typ da liegt. Ganz natürlich. Alter! Tennis! Box! Wir haben kein Plan hier. Hä? Ja, hier, dass der eine Typ da riecht, dass wir hier bestimmt was zu benotten haben. Dann kannst du dich bestimmt da drunter durch. Ja, ne. Ne, das ist schon mal was schon. Wohl Schneele. Was? Das ist wohl ein Klamotor. Ja. Jawohl, das ist ja ganz. So ein Vierterhof. Ich habe ja keinen Plan. Absolut nicht. Was ist denn da unten in dem Schrank dritten da? Na, da passiert irgendwie so ne Scheiß, ey. Was passiert denn? Du wirst dann woanders, keine Ahnung, eine Lava finden. Erbe bilden, oder? Nur als Deutsch, halt. Und wo liegt denn? ok? ok? Im Moment oben. Das ist Falk von der Ausrichtung. Die sich zu integriert. des chirurgischen Werkzeuges. Die R através des des Forscherstückes steht. Wackes Scheiß! Es trägt nicht in den Schädel ein! Jetzt wissen wir schon mal, dass wir den Schädel spalten müssen. Mh! Nein! Jetzt das Glas, das leere? Warte. Ohohohoho! Was ist denn jetzt los? Kein Blahn. Hä? Ist jetzt mal den Klick hingeloggen oder was? Ich hab's mir selbst initiiert. Okay, geile Sache. Bist du jetzt geimpft oder was? Oh, oh, oh! Schnell weg! Schnell in den Leichenhaufen! Du dich! Nein! Wir werden sterben! Sterbkörn! Wir werden leben! Wir bleiben hier überhaupt nicht schlecht! Wir bleiben hier überhaupt nicht schlecht! Ich habe keinen Fall, ich bin hier rausgekommen! Ich habe keinen Fall, ich bin hier rausgekommen! Ich bin hier! Ja, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du ein krasses, leichter Monster entfällig wärst. Schnell weg! Alter, ey! Das hat aber die eine Tür, als kaputt zersprengt, wo ich war aber nicht, ey. Ja, ich finde es auch immer interessant, wenn diese Monster aufschauen und auf einmal verschwinden. Der ist richtig schnell. Der Stau ist jetzt so gut, wenn es so durch den Wind ist. Geh zu lösen! Freizeit! Das heißt, wenn du die menschliche Psyche hörst man an. Ja, wenn du weiterkommst, dann spüren. Ah, ok. Der Volk lindert die Wunde. Was? Okay, ja. Ah! 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 Das ist doch mal gar noch. Jetzt muss ich wieder auf den Fährbe. Ah! 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 Oh Gott. Oh Gott, ich will nicht mehr übergehen. Ich glaube, der macht mir wieder nach. Ich glaube, das war schon schön im Warenwasser. Please, don't take me! Nobody ever returns! Das war ja wohl abzusehen. Dann wolltest du dich festhalten, okay? Wolltest du hinmachen? Ja, ich wollte mal gucken, was da hinten vor da ist. Joa. Jetzt kommt es nicht mehr und dann geht es wieder. Man sieht ein bisschen wie es ist. Ihr spielt es nicht mehr mit demallgüsten! Dann kommt es an den Feuer, was dieser? Die Welt dann kommt es nicht mehr. Ok, dann kommt es gleich wieder. Die drübt 3-1, das ist der Nürnberg. Öl, du warst nicht! Oh, ey. Wir haben ein paar Nürnberg. Ja, das ist ja ein Kasschenkopf. Ja! Wie dem Wasserwand, weißt du? Ah ja. Das macht so blöd. Das war sehr artigungsvoll die letzte Woche. Nein! 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 Nichts wohl! Er ist zu uns hingegangen! Soll ich? Kommt nach der Tür, volles Gesicht! Vanish! Vanish am Arsch! Ob sie... Boah, ich kann hier viel weg! So! Das ist im Haus! Das wird nur 3,5 Schaber noch nicht! Höch, Höch, Höch! Andere Seite! Andere Seite! Ah! Ja, das ist so cool! Ein Rohr mehr! Ja! Ah! Das ist so cool! 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 Ja! Ja, super! Das ist so cool! Ja, das ist so cool! Das ist so cool! Oh! Ja! Ich sehe hier gerade oft die Uhr! Wieso Zeit ist abgelaufen! Und äh... Und äh... Nächsten Part... Kommt im Partai... 2... 2... 3... Und ich sag dann auch mal... Wir wollen... Chau!